So, wir stehen immer noch vor dem Hive. Ja, ich glaube, wir werden sie so schnell nicht verärgern. Und wie kommen wir jetzt hier, bitteschön? Und sollen wir raten? Sollen wir raten, dass ich wieder den Stadtteil wechseln muss? Raten wir doch, ich muss den Stadtteil wechseln. Komm schon. Ich muss jetzt hier... Äh... Ich muss zumindest nicht hier lang. So, 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 weiter. Das ist ja auch mal was. sowohl ist jetzt nicht ja so wo muss ich denn jetzt ziehen näher so nah dran und doch sofern weiterlaufen 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 da ist es und wir durften wieder in einen anderen stadt in anderen war falsch wir durften in den stadt wo wir vorher waren dann gucke ich mal ob ich übers dach schaffe irgendwie ja hier haben wir die kisten gestapelt und nein ich schaffe es nicht weil ich hier nicht weiterkommen würde kann ich jetzt einfach so runterspringen ich trau mich nicht ich muss darf ich muss auf jeden fall irgendwann mal dieses sprung upgrade holen damit ich türchen auf so ach wir muss nee ich hoffe er nicht also in manchen bereichen ist irgendwie gar nichts los in der anderen ist recht ja okay es verändert sich nicht sehr viel zehn sturmgewehr munition erhalten schön wie komme ich jetzt ein schlauer blick auf die karte und wir wo ist ein bisschen unser ziel nein steht ich muss noch irgendwie lernen so so in dem bereich ist aber auch nicht wo muss ich denn über sie sind hier ja wo ist mein ziel bin ich jetzt doch falsch gelaufen moment wie viele ich habe jetzt eigentlich immer gedacht wenn nur zwei bereiche aber mehr als zwei bereiche shanghai es gibt mehrere ausgänge aber mehr als zwei bereiche keine ahnung weil wir sind da nicht reingekommen da wo wir reinkommen das anders aus so dann gucken wir doch mal direkt weiter wo lang da so wie viele erweiterung können wir uns jetzt eigentlich holen acht stück wo habe ich den bild schon alle herr ok ok falls ich irgendwann mal ich weiterkomme mache ich auf zugang zugang zu zugang zu zugang zu der 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 code haben wir ins bisschen gekriegt ja das hat jetzt was aber sagt mir persönlich ist eigentlich gar nichts man nee das ist quatsch das ist einfach nur quatsch weil ich jetzt gemacht habe wo muss ich denn hin ich muss an diesen einen besonderen ort du wirst er jetzt ehrlich wusste hin kann ich nicht fahrrad nehmen wir stehen so viele fahrräder stopp mal ganz kurz wie komme ich jetzt bisschen dahin sie sind hier ja wieso werden meine ziele auf der karte nicht mehr eingezeichnet das müsste so eigentlich ich wollte sie nicht umbringen okay das solltest du nicht noch mal versuchen man also habe ich sie erschlagen vielleicht ein andern mal ich wollte nur dass sie ihr blödes maul hält meine sache sag bescheid wenn du es dir anders überlegt ausgerastet stopp mal ganz kurz welche mission sind jetzt überhaupt noch aktiviert das würde mich jetzt mal interessieren wo sind meine missionen ja aktiv nein doch aktiv also habe ich sie so lange erschlagen bis sie aufgehört hat zu schreien herr polizist ich weiß gerade ich habe mich verlaufen können sie mir helfen nein da sie mir eh nur sinnlose angeben angaben machen ein supermarkt oder sowas in der art ja ja endlich gefunden juhu ist das verwirrend sie haben hier nicht zu suchen gehen sie weiter tschuldigung tschuldigung ich wollte nicht ich wollte eigentlich auch nicht da lang ich wollte eigentlich was spät ihr habt ihr deppen ich wollte doch eigentlich hier lang so hier müsste es doch irgendwo sein ja 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 es ist sogar wirklich hier so wie viel geld habe ich eigentlich dabei versorgt da könnte ich ja noch eben kurz noch ein paar da bin ich am ende des spiels ein super ein supermännchen und ich habe so gut wie kein bisschen knete mehr zumindest nicht dafür nein da lang ja zug 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 und ich bin bereit ich habe alle missionen abgeschlossen die ich zumindest so hatte ich muss mir mal wieder was zu trinken holen malik gibt schon was neues von pritchard ich bin hier jensen und vor mir liegt der gebäudeplan wunderbar ich brauche zugang zu einem sicherheitsterminal im upper city turm ist aber schon klar dass zwischen ihnen und dem turm eine ganze skyline liegt oder ich weiß dass pango irgendeine idee wie ich hinkomme sie sollten erst mal nach oben gehen also was habe ich verpasst könnte mir glaube ich schlecht sagen da ich nicht hören kann nein ich brauche keinen tipp 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 ich habe was gesehen da credits aufmachen 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 eine zeitung so dann gucken wir doch mal wie wir hier weiter kommen ja hier sieht noch alles etwas im bau aus wenn man das mal so anmerken darf zumindest aufgeräumt sieht woanders aus was für das so da muss ich mal kurz gucken zugriff gewinnt türen offen hä die da hilfe bitte ich brauche hilfe der regulator er hatte einen kurzschluss giftiges gas tritt aus wollte zum aber aber ich stecke hier fest ich ich kann nicht lass das gestammel was soll ich tun da ist ein ventil im raum nebenan sie müssen jetzt schließen ich sehe mal was ich tun kann oh gott sei dank bitte beeilen sie sich wo ist die wo ist die das ist doch scheiße jetzt ne ja 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 ich bei mich ja schon hektar hektar so fehlgeschlagen nicht sterben du idiot so komm schon komm schon komm schon ich will diesen typen retten zugriff gewinnt er gut gerade noch so geschafft glaub ich Sie haben mir das Leben gerettet. Wie kann ich Ihnen danken? Du kannst mir den Weg sagen. Und wohin? Ich muss zum Tvorm in Abahengsha. Nehmen Sie den Fahrstuhl. Hinter dem Cryo-Sterilisationsraum. Unautorisiertes Personal hat dort oben allerdings keinen Zutritt. Aber Kim hat heute Wachdienst. Der schuldet mir einen Gefallen. Sagen Sie ihm, Sie kommen von Lee, dann lässt er Sie bestimmt durch. Vielen Dank, mein Freund. Aber das ist doch das Mindeste. Sie haben mir das Leben gerettet. Keiner setzt Verständlichkeit in dieser Gegend. So, es hat sogar was gebracht, dass wir ihn ja jetzt gerettet haben. Was ich eigentlich persönlich sehr gut finde. Gutes Verhalten sollte immer belohnt werden. So, und ich glaube, wir sollten auch mal wieder etwas netter zu den Gegnern sein, weil ich kann sie auch wieder Komma-Kaos schlagen. Ja, auch mal. Äh. Hoffentlich ist der mechanische Arm bis morgen repariert. Wenn Sie eine Fehlfunktion haben, reden Sie mit mir. Ach ja, das ist jetzt irgendwie komisch. Zugriff gewinnt. Noch eine Zeitung? Okay, ich weiß jetzt nicht... Ne, das hatten wir schon mal. An gewisse Sachen erinnere ich mich auch. So, äh, was macht denn der rote Knopf? Okay, ich habe gerade keine Ahnung, was ich irgendwie ausgelöst habe. Dann gehen wir mal hier oben lang. Munitionskapazitäts-Upgrades. Ja, wir wissen natürlich, für welche Waffe ich das natürlich machen werde. Und... Ich werde jetzt alle Upgrades in diese Pistole stecken. Diese Pistole hat mir schon so oft geholfen. Und deshalb... Äh, ja, da könnten wir jetzt ein gewisses Upgrade gebrauchen. Das ich ja durch die vielen Praxispunkte super hätte. Wo ist es denn? Da ist es. Icarus-Landesystem. Juhu. Jetzt können wir nochmal runter springen. Köpper! Wow! Ach so. Schade. Ich hätte jetzt irgendwie etwas dramatischeres erwartet. Aber okay. Können ich auch mitleben. Hüüüü! Ich muss den Kampel herwischen. Scheiße. Ich erledige sie, wenn es sein muss. Der war genau hier. Der muss immer noch hier sein. Ich gucke lieber nochmal nach. Geht sie! Vereinnung! So, da... Ich will jetzt ja nicht die Doofheit der Gegner ausnutzen, aber... WAH! Okay, okay... Ein Cut!